Willkommen zu einem neuen Video, heute bin ich beim Alex zu Besuch und zwar schau mir dein Aquarium an. Du hast ein richtig neues Upgrade gemacht, so ein 150b. Du hast nicht nur das, sondern hier stehen auch noch einige andere Sachen. Schauen wir da mal drüber. Hier steht auch gleich ein leeres Aquarium. Ja, das ist der Vorgänger von 150b, den ich zwar ursprünglich mal entzogen wollte oder zumindest raus aus der Wohnung einlagern wollte, was auch immer, aber möglicherweise wird es doch was anderes. Irgendwie hätte ich mal Lust auf was Fischlastiges, möglicherweise. So Biotop, Südamerika, wenig bepflanzt, füßfreie Sandfläche für Panzerwälse und sehr moderat beleuchtet. Mal schauen, was dann wird. Wird noch ein bisschen dauern. Das ist das alte 120p mit 45 x 45. Ja, genau. Und der Unterschrank ist ja selbst gebaut. Genau. Du machst dir da selbst einiges aus Holz und baust dir einiges. So wie das, was da drüben steht. Und zwar hier ein Wabikusa, auf so einem Wabikusa-Board, den du baust, den es auch immer wieder mal bei Liquid Nature gibt. Genau, die hat es eher zeitlang immer bei Liquid Nature gegeben. Aktuell nicht so. Liegt vor allem auch daran, dass ich nicht so viel Zeit habe, aktuell zum Bauen. Ja, weil du halt hier viel umbaust. Ja, wir sind gerade im Wohnungsumbau und jetzt ist ganz wenig Zeit für Werkstatt, aber die wird auch wieder kommen. Ja. Aber falls ihr Interesse habt, kann man natürlich auch gerne anschreiben, auch irgendwie Sonderwünsche, so. Sehr gerne. Sehr gerne. Sonderwünsche, Instagram, Unterschränke, was auch immer. Gerne anschreiben. Wird sie ausgehen. Ja, also Instagram ist verlinkt. Dann schauen wir weiter zum ersten richtigen Aquarier, würde ich sagen, weil das ist, denke ich, was die meisten interessiert. Ja. Du machst es ja schon ziemlich lange, Aquascapping insgesamt. Ja, ich sage immer 20 Jahre, wobei 20 Jahre sind es nicht ganz. Ich glaube, aber 18. 18 Jahre sollten es sein, ja. Ich denke, 18 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit. Ja, schon. Da hat es noch kein Instagram und keine, nicht diese große Community geben, wo man wegen jeder Kleinigkeit irgendwen Fragen hat können, sondern da war viel testen, probieren, und halt austauschen über FlowGrow zum Großteil. Ja, dann hier das erste Aquarium ist ja auch ein bisschen besonderer, aber auch ein bisschen ADA-inspiriert. Das gab es ja früher, das 90 Jahre, oder? Genau, das hat es ursprünglich mal von ADA gegeben. Gibt es aber, glaube ich, schon lange, schon länger. Die haben das irgendwann einmal eingestellt. Eben 90 mal 60. Und 45. Und 45 tief, genau. Ich habe da in diesem silbernen ADA-Buch eben zwei richtig schicke Layouts gesehen, die mir heute gut gefallen haben. Und ich habe mir gedacht, das muss ich ausprobieren. Ja, ist schon sehr cool. Das ist ja ein Liquid Garden Aquarium. Kann man ja auf Anfertigung machen lassen. Genau. Also schwierig ist halt immer die eine Richtung. Also so wie das, wo so links und rechts nach oben geht und der Mitte ein bisschen niedriger, das ist ganz cool für so ein Aquarium. Ja. Aber generell ist es schon schwieriger, da ein cooles Layout reinzubauen. Ja, schon, weil du die Höhe halt irgendwie ausnutzen willst und es ist halt schwer, die auszunutzen. Ich habe auch bei, also ein Manu hat noch, hat mehrere Layouts in 1Ks gebaut, aber eins, was Manu im Kopf ist, da hat er so, ich glaube, Spiderwood ist das rote Markienholt. Da hat er so einen fetten Stumpf genommen und dann hat er so wie so eine Baumwurzel einfach da rein verlassen. Ich glaube, das haben wir in Aqua mal nachgebaut. Ja, mag sein. Ja. Ich glaube, in einem 60 auch. Ja, genau. Das war, also ist auch sehr lässig. Ja, es gibt schon Möglichkeiten, aber generell ist es ein bisschen schwieriger. Ja, man muss. Aber es ist schon ein sehr cooles Setup. Also ich denke, bevor man sich das kauft, sollten wir auf jeden Fall eine Idee haben, was man da reinbaut. Ja. Einfach da basteln anfangen. Geht sich auch, wird halt ein bisschen dauern. Ja. Bis man da was findet. Ja, ist ein cooles Setup der Unterschrank, die ist auch selbst gebaut, aber in einem ADR-Stil. Genau. Und natürlich als Beleuchtung eine Solar-IGB. Genau. Wie das gut ausleuchtet. Das ist wahrscheinlich mit der Höhe auch schwierig, weil es wahrscheinlich Bodendecker und so hilft ja auch. Sicher nicht jeder wahrscheinlich, ja. Sicher nicht jeder, aber. Aber das Aquarium selbst ist ja auch richtig nice. Aber ist auch schon ein bisschen älter, oder? So ein und halb, zwei Jahre? Ich glaube, eineinhalb ist bestimmt jetzt, ja. Ja, und hier schaut mittlerweile der Farm schon richtig gut aus, dass es immer was, was Zeit braucht, bis der so schön dabei wächst. Also ja, der Kongo-Farm, verbietet so die Lotte. Und hier ist auch noch ein bisschen was. Und hier ist noch ein Philodentron. Genau. Das Name schon wieder entfallen ist. Wir haben den beim letzten Video schon mal gekommen. Keine Ahnung, möglicherweise. Aber das ist schon sehr nice, dass man vor allem so klein ist. Also ich glaube, der könnte noch größer werden, aber. Jetzt gerade ist er super, ja. Ja. So passt aber fair. Und er ist mega kompakt, weil er halt so viel Licht kriegt. Also ich glaube, weil er so viel Licht kriegt, jetzt wächst er sehr, sehr kompakt. Weil eigentlich, aber da warst du sicher mehr dazu, macht er ja eigentlich auch. Also der wird ja, geht ja auch in die Länge. Ja, er ist allerdings schon auch eine Rankie, aber es gibt auch verschiedene Arten. Manche sind größer, manche kleiner. Was ist zur Bepflanzung? So bin ich happy damit. Ja, es ist jetzt nicht übertrieben. Wilde Pflanzen, also Myrophyllomatocousens, Rotala Valichii, Rotala Rotundifolia, Hycrophila Polysperma, da hinten ist ein bisschen Rotala Green versteckt. Das ist der Mikrosaurum Taiwan Nero, glaube ich, heißt er. Ein bisschen Politis. Und für unten habe ich mich für Schismatoglottis entschieden. Das ist kein Anubias. Schaut aber der Anubias ziemlich ähnlich und wächst auch als Aufsitzer erstaunlich gut, weil sie steckt nicht im Sollen. Ja, die ist schon richtig gut. Und Moos ist da auch einiges. Moos ist relativ viel. Das ist ein klassisches Java-Moos. Ja. Und dann machst du das immer beim Wasserwechsel, machst du einfach immer, dass du das Moos mit abzupfst, wenn es zu viel wird. Genau, wenn es zu viel wird, dann ganz brutal. Einfach mal im Schlauch drüber, kruppelt über das Holz und dann, was runter geht, geht runter und was rüber bleibt. Also ich habe am Anfang Moos zurückgeschnitten. Wenn ich ganz motiviert bin, mache ich das immer noch. Aber normalerweise, wenn es schnell geht, muss ich einfach drüber gefahren. Also, Java-Moos wächst extrem schnell. Ja. Das ist vier, sechs Wochen und dann ist die Fläche wieder zurückgewachsen, die man vorher frei geräumt hat. Insofern. Ja, zum Fischbesatz, du hast einmal Nanostomos Magnatus. Genau, für die Urfläche. Dann die Sonnensalmla? Ich glaube, Hemigramus Rodvai. Ich glaube, es gibt die Huanari, glaube ich, die heißen die einen, Huanari. Das sind die goldenen, also die sind eher goldig gefärbt. Und das ist die Rotweide, die sind eben eher silbern mit dem blauen Strich. Und die Huanari haben so einen roten Strich durch. Aber sie schauen sich sehr ähnlich nur, dass sie eine andere Farbe vorgezogen haben. Dann noch schwarze Phantoms sagen. Schwarze und rote Phantome, genau. Die schwarzen sind noch gar nicht lange drin. Da habe ich letztens beim Händler richtig, richtig schicke gefunden. Die schauen sehr gut aus. Sie können nur denken, dass sie schon lange drin sind. Nein, die sind einfach super schön gewesen beim Händler. Und noch ein paar Pfeffersalmlau. Ich glaube, Axelrodi Riesel heißt sie. Ja, genau. Und einen Filiantsalmlau hast du gesagt, die hast du den schon abgegeben und der eine ist übergeblieben. Der wollte sich nicht fangen lassen. Nein, keine Chance. Der wollte sich nicht fangen lassen. Ja, so ist eigentlich ein schickes Aquarium geworden. Wobei so im Eingangsbereich ist sehr cool. Ja, wie wir eh schon vorhin ein bisschen drüber gequatscht haben. Vielleicht wird es da auch jetzt nicht direkt in neuer Zukunft, weil, aber ich schätze mal so im nächsten halben, dreiviertel Jahr werde ich mal was anderes reinbauen. Das gibt es jetzt schon sehr lange. Ja, dann ist es ja auch schon so zwei Jahre alt, dann kann man das auf jeden Fall mal machen. Genau. Also entweder Pflanzen verändern oder das ganze layout einfach nicht bauen. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir rauf zum Highlight. Gehen wir zum Großneiferium. Passt gut. So, jetzt sitzen wir vor dem neuen Koloss, dem ADA 150P. Das ist ja echt krass. Also schaut schon sehr gut aus. Schon. Das ist jetzt relativ neu. Also wie lange steht das jetzt? Ich glaube, bepflanzt habe ich es vor vier Wochen. Vier Wochen? Ich glaube vier Wochen. Ja. Ich bin nicht gut. Ich müsste die nachschauen. Aber ich schätze so vier Wochen. Und davor habe ich es, glaube ich, zwei Wochen im Dagstad geredet. Ich habe ursprünglich eigentlich vorgehabt vier Wochen im Dagstad. Aber da der Superjet, der darunter steht, am 120er schon gelaufen ist, war der eigentlich komplett eingefahren schon seit zwei Jahren und der Dagstad ist extrem schnell gegangen. Also kaum, kaum bewuchs auf die Wurzeln. Auch das Wasser war extrem schnell klar. Und dann haben wir auch noch 14 Tage eigentlich ready zum Bepflanzen. Ja, vor allem jetzt ist es ja schon sechs Wochen mit eingelaufen, filtert. Deswegen sind auch schon einige Fische drinnen. Genau. Deswegen passt es ganz gut. Noch zum Aquarium ist es 1,50m, 60,60. Genau. Also 540 Liter sind das ja circa brutto. Wobei man da, ja stimmt, wobei man da tatsächlich schon anfangen kann, die Glasstärke wegzurechnen, weil das sind 15 Millimeter Glas. Also ohne der Glasstärke hat es 490 unterbart gewetschte. Ja, es ist echt krass wie der Unterschied da ist, wenn man das Glas wegzurechnen kann. Genau. Da haben wir schon andere Sachen gesprochen, aber... Genau. Möglicherweise halt der zweite Superjet oder wenn kein zweiter Superjet, dann generell zwei andere Filter. Ja. Dann muss man den Superjet oder was auch immer. Zur Beleuchtung auch wieder zwei Solar-GP's, was passend ist. Und ein ADA-Lightscreen. Genau. Der ist jetzt ein bisschen runtergetimt. Bei dir gefällt das besser, wenn es ein bisschen dunkler ist. Genau. Ich finde momentan schon. Ich glaube, wenn dann die Hintergrundbepflanzung einfach höher ist und dichter ist, dann kann man den auch wieder ein bisschen hochfahren. Aber aktuell nimmt er den Kontrast einfach raus. Wenn du von hinten so helles Licht kriegst, dann stimmt der Kontrast zu den Fischen. Und ich habe schon überlegt, ob ich den Komplettvektor für jetzt aktuell. Aber ich war noch zu faul dazu. Ja. Bevor wir noch weiter aus Aquarium eingehen, würde ich mal darüber sprechen, wie wir uns kennengelernt haben. Weil wir sind kennengelernt so richtig erst später. Aber du warst einer der Ersten, der mich so auf Instagram angeschrieben hat. Das war vor sechs Jahren jetzt circa. Wir haben davor auch schon kurz darüber geredet. Deswegen weißt du schon mal, du hast das nicht mehr so im Kopf. Nein, ich hatte das nicht. Ich habe das nicht mehr so im Kopf gehabt. Wie war es denn? Vor sechs Jahren hat es ja Liquid Nature noch nicht gegeben. Ja, da war Liquid Nature noch nicht so am Start und du hast mich da angeschrieben. Weil ich habe da gerade auch angefangen gehabt mit Instagram und habe glaube ich so 300, 400 Abonnenten gehabt. Ja. Und du hast mich angeschrieben, dass ich eine WhatsApp-Gruppe habe mit Stefan, Philipp und noch ein paar Leuten. Genau. Und da hast du mich gefragt, ob ich dazukommen will. Und ich habe gesagt, ja, gern. Und dann ein paar Monate später war dann auch mal so ein erster oder ein Stammtisch bei Philipp zu Hause in der WG. Ja, stimmt. Bei Philipp. Da hat er noch das kleine Zimmer gehabt, das vollgestellt war mit Aquarium. Ja, ja. Da warst du nicht dabei. Da war der Stefan und der Philipp und noch ein paar Leute. Und da war also der erste richtige Berührungspunkt mit Aquarscaping, dass ich das in echt gesehen habe. Weil bis dahin hatte ich zwei Aquarien und das war halt so der Anfang. Also war okay, aber jetzt nichts besonderes. Wie jeder. Und dann stand beim Philipp halt, dass ein Tiorama-Aquarium noch im Darkstart, das kannte ich auch nicht, dass da ein Aquarium steht ohne Licht und ohne Pflanzen. Ja. Mit richtig vielen kleinen Bäumen drinnen. Richtig nice. Und damit hat das alles so angefangen, dass ich halt durch die Gruppe und durch die WhatsApp-Gruppe, die wir hatten, uns immer wieder ausgedascht haben. Dann hat Philipp und Stefan auch mit Liquid Nature gestartet. Und ich glaube, wir haben uns da wahrscheinlich erst irgendwann bei Liquid Nature getroffen, glaube ich bei den ersten Stammtischen oder sowas. Aber ich kann mich noch an dein erstes Layout erinnern. Das war so ein 60cm-Aquarium, eh wie bei jedem. Ja, es war ein gebrauchtes Aquarium, aber gleich mit CO2 und allem, aber halt mit so Lavasteinen. Genau. Ich wollte so eine Brücke bauen, aber die ist am ersten Tag gleich zusammengefallen und dann hatte ich so eine schräge. Aber die Pflanzen haben gar nicht schlecht ausgeschaut da drin. Ja, später dann. Am Anfang war es nicht so gut, weil da hatte ich auch Udricularia versucht und die ist halt gleich geschmolzen und dachte ich mir, weil ich glaube, die war da noch aus Mediopein gestuft oder so. Ich glaube, das war die Advanced. Weil ich bilde mir ein, dass ich halt im Internet geschaut habe und da stand, dass die gar nicht so schwer ist oder wahrscheinlich stand, dass sie halt nicht viel Nährstoffe braucht. Und das habe ich als einfach empfunden, obwohl es halt mit Soll halt schwierig ist. Ja, das ist schon noch sehr schwer. Ja, das ist ein bisschen zickig. Ich glaube, ich habe es noch nie, ich meine, ich habe es auch nur zweimal probiert, die Udricularia und bin zweimal gescheitert. Ich hatte es immer noch so als Aufsitzer, so einen Übergang vom Wasser zu Land. Da funktioniert es eben besser, wenn es auf Steinen sitzt und nicht im Soll. Ich frage mich auch, wie die bei ADA machen, in diesem Amano Layout, in dem 180er, das er gebaut hat, mit diesem riesen Udricularia-Rosen, wie das funktioniert. Das ist echt, wahrscheinlich jeden Tag Wasserwechsel, 90 Prozent. Ja, das ist mega verrückt. Mit reinen Osmoserwasser. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall egal. Weil ist es jetzt so, also ich habe da nie noch recherchiert, dass die Pflanzen für Nährstoffe will oder wenig? Wenig. Wir sind ja eine Kanivarepflanze, eine Fleischpflöste. Die will gar keine. Und die will wenig. Und ich glaube auch, der sauber Behabert am Anfang ist zu viel teilweise. Okay, deswegen. Ich glaube, die Kombination oder irgendwie so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die müssen dann zweimal am Tag Wasser weg sein. Gerade beim Neustarten mit dem Soll. Ja, oder später einsetzen. Das wäre auch eine Abfrage. Ich glaube, wie man sieht, bepflanzen die ja immer direkt. Ja, es funktioniert irgendwie. Irgendwie schaffen sie es. Komplizierter. Und ja, dann haben wir uns überall die Good Nature dann irgendwann getroffen. Und dann ist die Community eigentlich schnell gewachsen. Also mittlerweile. Ja, dann hast du immer wieder mal Treffen hier bei dir zu Hause gemacht. Genau, ich habe da noch was gemacht. Dann bei Mario, beim Schaufler, beim 3m Aquarium. Ja, genau. Also dadurch ist die Community echt cool geworden in Österreich, dass wir uns immer wieder treffen. Mittlerweile sind wir ein bunter Haufen. Ja. Lauter coole Leute. Ja, es kommt und ich habe wieder Leute dazu. Also meistens ist es halt so, wenn jetzt irgendwer anschreibt, ist halt immer so eine Sache, weil wir treffen uns ja bei dir zu Hause. Und da ist, da will man halt auch nicht immer sofort neue Leute einladen. Aber meistens, wenn man sich dann bei Liquid Nature trifft zu den Jahresabend oder so, dann ist die Connection dann schon eher da. Genau. Also ich glaube, das ist eh der beste Weg. Der beste Weg, wenn man, wenn man, wenn man enthusiast ist und wenn man sich austauschen will mit, mit anderen Menschen und mit Menschen, die vielleicht schon länger im Hobby sind und ein bisschen mehr Wissen haben, ist bei Liquid Nature zusammen im Jahresabend kommen wir sicher nicht verkehrt. Also da kann man sich ja nur, nur gewinnen. Auch wenn es mal ein bisschen weiter ist. Ich fahre auch von Salzburg jetzt mal nach Wien. Es ist so. Aber das macht Spaß und es macht noch viel mehr Spaß, wenn man es teilen kann. Finde ich halt. Ja, voll. Also wenn man sich austauschen kann mit neuen Projekten oder irgendwelchen Problemen, was man hat, ist es halt mit mehr Leuten immer besser, als wenn man alleine vor sich hin probiert oder jemanden auf Instagram schreiben und so. Ist auch cool. Kann man auch machen. Also die meisten von uns antworten auf die meisten. Manchmal etwas unter. Manchmal kommt man nicht gleich dazu. Aber im Normalfall versuche ich auch immer jedem zu antworten. Normalerweise schon. Keine Frage. Manchmal passen wir es selber an. Ja. Es ist halt so. Aber wenn man es schon lange macht, dann hat man vielleicht auch nicht immer für alles eine Antwort. Aber so gut man helfen kann, hilft mir. Keine Frage. Ja, voll. Du hast vor 18 Jahren, haben wir vorher gesagt, angefangen. Und hast dann gleich mit Aquascaping angefangen. Nein, also. Es hat sich so ergeben. Genau. Ich habe damals so mit einem Dennerly Cube eigentlich angefangen. Ja. Und wollte eigentlich nur, damals waren jetzt zwei Kanälen gerade ziemlich trendy, wollte einfach ein paar Kanälen halten. Und bin dann im Internet über Recherche, wie ich glaube, jeder, der ins Aquascaping habe gestolpert ist, halt zu Amano gekommen, irgendwann die ersten Bilder gesehen und sofort infiziert. Und dann, dann war es ein Sechziger. Und dann hat man rumprobiert. Und dann hat man, wollte man sich immer alle zeigen und irgendwie Feedback kriegen. Und ich konnte mir vorstellen, dass der ein oder andere schon ziemlich genervt war. Gerade auf Flowgro war man dann halt viel unterwegs und hat immer Fotos eingestellt und man hat dann ab und zu schon mal keine Antworten mehr gekriegt, weil man zu viele Fotos hat. Aber man wollte halt irgendwie Feedback haben. Und so ist das dann gewachsen. Da war es ja noch nicht so mit Instagram oder YouTube oder so. Da gab es ja noch keine Kanäle, glaube ich, die irgendwie viel Content gemacht haben. Nein, gar nicht. Es hat es eigentlich gar nicht gegeben. Es hat zwei Fragen gegeben. Also zwei, drei, in denen ich aktiv war. Das war einmal das Aquascaping World Forum, glaube ich, hat es geheißen. Das war die Englischsprache. Genau, das war das eine. Und eben Flowgro und dann hat es noch Naturaquaristik.de. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich will jetzt nicht komplett sein erzählen. Irgendwie so, ich weiß es nicht. Aber es waren auf jeden Fall drei. Ja, bei der Zeit war ich noch gar nicht. Also wie ich angefangen habe, vor sechs Jahren gab es schon alles, durch Videos und so. Da hatte ich Glück, dass ich da relativ gute Quellen hatte mit Infos und nicht selber so viel testen musste. Wobei es halt trotzdem so ist, dass man selber die Erfahrungen noch machen muss. Weil man kann sich viele Videos anschauen und mit vielen Leuten reden. Ja. Aber am Ende muss man es selber auch mal machen, um auch das einrichten zu lernen und wirklich das zu erkennen, wie das funktioniert. Das ist schon auch mal was anderes, als wenn man es nur liest oder nur von anderen hört. Und das ist halt wie überall anders auch. Wenn du scheiterst, lernst du. Ja. Und man muss. Also manchmal scheitert man halt einfach. Dann nicht den Kopf anstecken, sondern einfach weitermachen und schauen, wie man es machen kann. Und im Idealfall kennt man wen, der sich auskennt. Und dann fragt man nach. Oder man versucht irgendwen aus der österreichischen Community oder auch die deutsche Community ist groß und öfreich. Ja. Und irgendwie empfindet man, heute ist es viel leichter. Was ich noch sagen wollte zu dieser Forum-Geschichte von früher, das war halt vielleicht fast ein bisschen cooler, weiß ich nicht, aber schon manchmal ein bisschen besser. Weil so ein Forum ist am Ende auch ein großes Archiv. Also du kannst über ganz, ganz viele Dinge, nach wie vor, die vor 10, 15 Jahren praktiziert worden sind, wo es noch um Geringfilterung und massive Düngung gegangen ist, die kann man heute einfach auch noch nachlesen. Auf Instagram oder was auch immer stoßt auf solche Sachen halt einfach nicht. Ja, Instagram ist da schon sehr langlebig. YouTube ist da ein bisschen anders. Da geht es noch. Aber es sind generell nicht so viele Leute aktiv, die da wirklich auch Content erstellen. Damals war das sowieso. Vor 18 Jahren hat keiner sich eine Kamera geschnappt oder ein Handy und hat irgendwelche Videos zu Aquascaping gemacht. Das war einfach noch nicht so. Und heute machten wir es halt. War auch fein. Ja. Ich würde sagen, schauen wir uns das Aquarium noch ein bisschen genauer an. So, jetzt das Aquarium, der Light-Screen ist auf ein Avia, ist auf relativ schwach eingestellt, aber wir timen den mal rauf, weil dann flackert er nicht mehr so. Ah, jetzt ist es ja schön. Also in echt flackert er nicht, aber auf der Kamera, wenn er ganz runtergedimmt ist, dann flackert er ein bisschen. Aber ich finde es auch nicht schlecht, vor allem, wenn wir, wie gesagt, dann die Pflanzen hochgewachsen sind, dann wird das mit dem Light-Screen sicher richtig gut ausschauen, wenn der heller ist. Aber wenn halt alles im Hintergrund noch frei ist, dann strahlt das schon ziemlich. Ja, wie gesagt, das nimmt halt einfach einen Kontrast ein bisschen raus. Und die Farben, gerade von den Fischen und so, sind nicht so super erkennbar, wenn das von hinten so hell leuchtet. Zum Layout selbst. Also, was hast du da verwendet und was war da so der Plan? Ja, es gibt, also es war eine Idee, wie so oft bei mir, inspiriert durch ein ADR-Becken. Wenn man sich diesen Ost, der vorne von links unten nach oben bis zur Scheibe steht, dann kann man vielleicht erahnen, was für ein Layout mir da gut gefallen hat. Die Bepflanzung ist aber ganz anders. Ich habe halt dort Inspirationen geholt. Ja, es ist immer gut, wenn man sich jetzt so von einem paar Layout so ein paar Inspirationen holt, wie jetzt die Wurzeln stehen und dann macht man es halt so ähnlich und andere Sachen umgebaut. Genau. Also für mich war klar, es ist wieder ein Nature-Aquarium und ich habe halt aus diesem besagten ADR-Layout habe ich halt einfach diese Wurzel, die eben dort auch so drin liegt und so nach oben geht, halt einfach super cool gefunden und ich habe mir gedacht, das muss ich nachbauen. Also die Steine sind die Alpinstones von Liquid Layout? Genau, sind Alpinstones. Und die Wurzel, ist die eigentlich von alten 120 Layout? Genau, also diese Wurzel da hinten und die auch. Also eigentlich sehr viele von sehr vielen Wurzeln. Die und die und die, die da hinten, die doppelte, die da hinten raufragt, ist auch im alten Layout drin gewesen. Also ich habe das einfach recycelt. Ja, es ist echt krass, in den 120P sah die richtig groß aus und hier ist die auch groß, aber es ist halt die Hälfte vom Aquarium, was sie noch ausführt. Also ich habe sie abgemessen, sie hat 95 cm in der Länge. Also die da hinten? Ja, genau. Du gehörst da im Vordergrund Sand, wahrscheinlich jeder Adiala Plata Sand. Genau, La Plata Sand, Alpinstones, wie schon erwähnt. Ja, sonst zur Bepflanzung, was hast du da verwendet? Im Hintergrund ist es Eleocharis vivipara, Kryptocharine balanzae und Limnophila Essiflora, die sich generell ein bisschen durch dieses Layout zieht diese Limnophila immer wieder als Akzentpflanzen. Und dann gibt es noch drei Highlights. Echinodorus Argentinensis, die hoffentlich dann quasi nach oben raus wächst, die an drei Stellen bepflanzt ist, die das dann oben ein bisschen abschattet und damit auch das Ganze ein bisschen mystischer, ein bisschen dunkler wahrscheinlich erscheinen lässt, so ein bisschen void mäßiger. Das wäre so die Idee dahinter. Und das Ziel ist es schon, dass die Seiten jetzt dann komplett eher zu sind und halt hauptsächlich der Weg in die Mitte reingeht. Genau, das wäre so die Idee. So dass das dann das Layout ist, weil jetzt ist halt noch so, dass es halt ziemlich voll in der Mitte wirkt und seitlich noch relativ frei ist. Aber wenn es halt dann mit Pflanzen voll ist, dann ist es dann wieder anders. Genau, auch die Fahne, die halt aktuell noch relativ klar sind. Dann ist hier auch der Taiwan Nero. Genau, dann ist dieser Mini Gnom oder wie hast du vorhin gesagt? Gnom, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ein kleiner Microsorum Art und vorne eben zwischen den Spalten ein bisschen Trident. Also Microsorum SP Trident. Dann Moos, was ist das für Moos? Der Philipp, ich habe das im Philips seit 120er Layout gesehen. Ich glaube, da sind wir jetzt als Fancy Willow Moos. Fancy Willow Moos, genau. Also ich habe dem Philipp gesagt, ich habe es in einem Reel gesehen und habe dem Philipp ein WhatsApp geschrieben. Habe ich gesagt, ich brauche das Moos für mein neues Layout. Und ich habe gesehen, du hast eh gerade so viel im 120er Rupfers raus und schickt mir was. Ich weiß nicht, ich glaube, das weiß keiner so richtig, wo das genau herkommt. Aber es ist so eine Mischung aus Pillow und Christmas. Ich weiß nicht, aber ich habe es halt in dem 120er gesehen und es hat für mich im 120er wie Pillow ausgeschaut. Und die schreibt dem Philipp dann, hey, ich habe gesehen, du hast viel viel Pillow Moos im 120er, schickt mir was davon. Und er sagt, nein, das ist kein Pillow, es ist das Fancy Willow. Keine Ahnung, eine neue Art ist geboren. Aber es ist cool, es wächst sich ja auch selbst fest, es hat ja auch so ein kleiner Hauch geputzt, wie ich weiß. Also du hast aber geklebt. Ich habe es geklebt und aber jetzt auch schon einmal zurückgeschnitten, weil es schon relativ stark, also in den letzten drei Wochen hat es richtig angeschoben und war einfach schon einmal zum zurückschneiden. Also gerade da sieht man von den Klebestellen eigentlich fast gar nichts mehr oder so gut wie immer. Da sieht man es noch ein bisschen da drüben. Aber ja. Also man sagt so echt nur da raus, eine sitzt hier, die sieht man, die ist tatsächlich auch hier raus. Genau, die kommt da, eine sitzt nur da hinten, die wird dann da in dem Bereich und die letzte ist da drüben, so ein bisschen da in dem Bereich. Und so schön aufteilt, eine ein bisschen weiter nach vorne, dann hast du da wieder so eine Tiefenverschiebung. Also generell habe ich versucht so irgendwie Linien quasi zu bauen, dass sich das Layout so bewegt und so nach hinten geht. Also ich habe da zum Beispiel Ludwigia Lacustris eingesetzt und bin davon ausgegangen, dass die Führung von dieser Pflanze dann irgendwo da verschwindet und da in dem Bereich wieder rauskommt. Ja, hier ist die ja auch wieder. Dann hier kann man auch gleich sehen einen Lotus. Ja, einen Lotus, der Schwimmblätter hat. Genau. Das ist ja irgendein Deich, Gartenlotus. Das ist irgendein Deichlotus, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr wie er heißt. Aber er macht schöne Schwimmblätter. Aktuell sind die noch nicht so ganz fit. Ja. Der hat, der hat halt auch, muss erst einmal gescheit anwurzeln und ein bisschen in den Säulen Kontakt kommen und dann wird der sicher hübschere Blätter schieben. Ja. Sonst dann noch zum Mittelgrund, ein paar Kryptokurinen in den Schattenbereichen. Genau. Kryptokurinen. Hier hinten. Helantium Denelo Green. Das ist die Compact. Das ist Helantium Denelo Green. Da vor dieser Echonotaurus sitzt Flamingo. Die habe ich noch über gehabt, die habe ich noch eingesetzt. Da hinten ist irgendwo Venti Braun, da sieht man gar nicht hin. Das ist versteckt unter dem Layout. Und hier ist auch unter dem Harzgap, wenn man da rein filmt, ist auch noch Venti Green und Venti Braun so eine Mischung drinnen. Ja, so im Schatten. Und da hinten ist eben noch Helantium Tenellum Quadricostatus, glaube ich hast du ja genau. Die sitzt da dreimal, also zweimal da auf der Seite und auch einmal da auf der Seite. Ja, natürlich wieder das Meiste ausgeglichen, links und rechts ähnliche Pflanzen. Genau. Das macht es halt immer natürlicher, wenn man jetzt auf beiden Seiten die Selberpflanze hat. Kann auf einer Seite mehr sein, auf der anderen weniger. Aber es ist immer schöner, als wenn jetzt auf der einen Seite zum Beispiel nur Grote und auf der anderen nur Grüne wären. Schaut das halt immer ziemlich unnatürlich aus. Wenn sich die Sachen wiederholen, mehrmals im Aquarium, dann wirkt es viel, viel natürlicher. Als wenn du quasi Busch an Busch reist und irgendwie keine Zusammengehörigkeit da ist. Ja, voll. Zum Fischbesatz ist jetzt erstmal zum Teil auch Fische, was du noch hattest. Genau, zum Teil. Fünf Gürtelbärben waren noch da, die habe ich wieder eingesetzt, weil ich den Fisch einfach super... Also ich finde, das ist ein mega unscheinbarer Fisch, der nur bei genauerer Betrachtung einfach... Da wird er dann hübsch. Ja. Und er verliert sich aber auch zwischen dem roten Holz. Teilweise verliert er sich einfach. Man sieht ihn dann wieder nicht und irgendwann tritt er wieder in Erscheinung. Passt da gut rein. Dann habe ich mich entschieden für diese Brombeer-Salmler. Ich weiß gar nicht, wie die im Lateinischen heißen. Ja. Fünftig. Und für Rotflossen-Glassalmler. Naja, das ist auch richtig cool. Für die Oberfläche. Ja, wir haben da diese weißen Filamente an den Afterflossen. Ich habe die so cool gefunden in Verbindung mit dem roten Schwanz. Und für die Oberfläche dann noch Nanostamos. Blödsinn Nanostamos sag ich. Boraras Maculata. Da waren noch fünf, sieben. Sieben waren über vom 120er. Und die werden aber noch aufgestockt. Weil die einfach auch diese verschiedenen Größen lassen die Erscheinung dann auch sehr natürlich wirken. Also wenn du von groß bis klein drin hast, dann wirkt das halt einfach sehr natürlich. Ja, ist schon cool in so einem großen Aquarium auch so kleine Fische zu haben. Ja, ist super cool. Das wirkt extrem, extrem lässig in so einer Aquarium. Ja, voll. Hier kann man auch einen sehen, einen besonderen Fisch, der auf der Wurzel hängt. Was war das nochmal? Ein Nadelwels. Ein Nadelwels. Genau. Sons Garnelen, also Solavez, Inneres Garnelen, Amano. Solavez, Amano, genau. Und Klassi, ganz klassisch. Und Otto Zündklus. In einer bisschen größeren Menge. Was hattest du da? Genau, was ich noch gehabt habe. Und, 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 und halt Amano ein bisschen dazukauft. Und Otto's halt auch noch ein paar besorgt, weil wir aus dem 120er auch zu wenig. Ja, zuerst noch Filter ausschalten. Futter hast du schon vorbereitet? Diesmal Frostfutter. Genau, Frostfutter, Atemia. Das finden alle Fische geil. Mal schauen. Da fliegt dieser schon unterwegs. Ja, der ist schon cool. Jetzt haben sie es gemeint, dass das Futter da ist. Ja. Jetzt geht's rund. Ja. 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 Ja, unser Jahr oder so wieder einmal ein abdehreiche. Ja. Ja. Genau. Ja, und vielleicht ist ja dann das 90 auch neu. Genau. Und das 120 hier steht. Vielleicht gibt's da dann ein Biotop-Aquarium. Ja. Es wird sich sicher was tun. Also bei mir ist es immer ein bisschen was los. Danke für die Einladung. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.